Tja, das gesamte Team von Lindner Consulting in Lünenwild von Götz von Berlich und der Götzenburg. Wie kommen die da hin? Köpfe rauchen scheinen unzufrieden zu sein. Aber es passiert noch nichts, noch ist es stumm. Es kommt kurz, irgendwann muss es ja sein, irgendwann kommt er nach Hause in seine Welt und findet Invasoren aus einer anderen Welt vor. Er sieht sie, sie sehen ihn nicht. Er sieht auch, was sie tun, telefonieren, arbeiten in ihren Laptops rum. Er sieht auch, dass sie unzufrieden sind. Sie stehen vor ihrer großen Wand, ihrer alten Website, mit der sie anscheinend unzufrieden sind. Wir brauchen etwas Neues. So geht das nicht. Wir können doch nicht. Wir müssen. Schmeiß es weg. Macht kaputt was euch. Aber nicht das Logo. Das war wohl die Initialzündung für das Team. Das ist ja beinahe eine Zerstörungsordnung. Aber es scheint lustvoll zu sein. Ich bin weg. So. Sie sind ja dritter. Total. Da kommt noch was nach. Das ist positiv. Das ist bescheidend. Jetzt beginnt etwas Neues, das Zerstörungswerk ist getan, es kommt etwas Neues. Ja, also!